Ja, okay. Kann ich da nochmal zurück in das Schloss? Oder kann ich da jetzt überhaupt gar nicht mehr rein? Das würde mich mal kurz interessieren. Das würde mich mal kurz interessieren. Das würde mich mal kurz interessieren. Energiekranatapfel. Ja. Scheiße, dass ich die Hunde nicht beklauen kann. Das wäre auch geil. Okay. Oh, hier kann ich aber viele beklauen. Äh, wie sieht das aus mit dem Po-Po-Zian? Hör auf! Uh, nee, 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 nee. Und bei ihm? Oh, okay, nee. Ich glaube, die sind alle so stark. Schlafloser Stein. Haushorsten bewahrt vor Schlaf. Oh, nice. Nice. Also, ist... Hier ist, ähm... Hanitz immun gegen Schlaf. Das ist gut. Erweckungskraut. Halt einen einzigen in Verbindung von Schlaf. Gerne. Geil. Ich finde das so praktisch. Mit dem Stehlen. Brauche ich... Brauche ich halt die Items nicht kaufen. Also, dadurch spare ich Geld. Also, ich sehe es positiv. Aber dass ich da nicht rein kann, das finde ich ein bisschen blöd. Halt doch! Äh, Moment mal. Da war doch... Da, wo der... Bosskampf gerade war. In... Eine obere Etage. Ähm... Da war ich ja noch nicht. Ah, das war blöd. Da wollte ich eigentlich nochmal hin. Ganz schnell. Jawoll. Oder ich mache es mal kurz auf Screen. Ich schneide mal kurz, bis ich an der Stelle gleich bin. Bis gleich. So, mein Lieben. Hier bin ich wieder zurück. Und hier meinte ich halt. Jetzt bin ich ja auf der oberen Etage. Und... Da wollte ich halt nur mal kurz gucken, ob da noch was ist. Hehehehe. Jawoll. Jawoll. Und tot seid ihr. wunderbar so ja und das hat sich schon gelohnt eine belebende nuss ja dann würde ich doch mal wenn die im bruch zustand sind kann ich die den leiter bestehen 66 prozent eine heiltraube ok und tod jetzt fight with courage und herrion hatten level ab wunderbar so ne hier gibt es sonst nichts mehr so was muss ich heute ausnutzen und noch eine heiltraube bekommen wunderbar so entscheidet es ist kein teleporter gibt wo man sich von anfang des jeweiligen danschen sich hinkaufen kann attacke wunderbar so dann wollen wir mal so schnell wie möglich heraus natürlich wir machen jetzt schon guten der mensch bin anfang nicht schlecht so ah ne da ging es raus genau come on i've got better things to do jetzt mal den vorderen angreifen Und schon wieder Nice, keine Ahnung, toll. So. So. Und Tarnet hat ein Level Up, wunderbar. Gut. So, dann war das, ist das auch jetzt erledigt? Sonst gibt's ja nix mehr. Ja, ähm, okay, das ist gut zu wissen, also wenn wir jetzt ein Level Up bekommen haben, dann sind wir automatisch vollgehalten, okay? Joa. Schnelles Reisen, transportiert euch umgehend in jede Stadt, die ihr bereits besucht habt. Ah, so geht das doch, okay. Wird den gewünschten Ort mit dem Kursor aus und drückt dann den A-Knopf. Schnelles Reisen ist nur für kleinere und größere Städte sowie Dörfer verfügbar. Abhängig von eurem Spielfortschritt ist Schnelles Reisen zudem nicht jederzeit verfügbar. Okay. Interessant. Ich guck nur kurz, wie groß die Karte ist. Uiuiuiuiuiui. Naja, ist schon ein bisschen groß. So, wir sollen ja jetzt die Stadt verlassen, hieß es ja. Dann tun wir dies auch. Aber Feuer speichere ich mal kurz nochmal ab. Herr Therion! Herr Therion, bitte warte! Ach, was jetzt? Herr Therion, bitte warte! Ich bin, um dich zu sehen, auf deinem Weg zu sehen. Wie ist es, auf meinem Behest, dass du ausstattest. Schau, ich bin nur auf meine Hälfte von einem Wettbewerb. Nicht mehr, nichts weniger. Ich verstehe das, aber... Er ist richtig, m'lady. Das ist einfach ein Agreement zwischen uns und einem skilled, aber kurzsichtigen Thief. Genau. Und wenn ich sie wieder zurückkomme, dann muss ich sie wiederholen. Es ist etwas, was du wissen musst, bevor du gehen kannst. Als du gesehen hast, habe ich eine Bluestone bekommen. Es ist die Sapphire Dragonstone. Die restlichen drei sind die Dragonstone von Ruby, Emerald und Gold, alle für ihre Sheen. Und wenn ich sie wieder zurückkomme, kannst du diese Band nehmen. Du hast meine Worte. Du hast meine Worte. Deine Worte? Das klingt legit. Welche Idee, woher ich mich anfangen muss? Die Wahrheit ist, dass ein Scholar in Noblecourt in der Noblecourt ist recherchiert die Ruby Dragonstone. Noblecourt? Great! Ich bin direkt in. Herr Therian! Herr Therian! Herr Therian! Herr Therian! Was ist es, diese Zeit? Herr Therian! Bitte, tue dir sich aus dir. Herr Therian! Herr Therian! Herr Therian! Herr Therian! Ich habe etwas anderes gesagt. Ich habe etwas anderes gesagt. Ich habe noch nicht gedacht, dass ein Mann aus meinen eigenen Talenten arbeiten für jemanden wie... Äh... Es ist... nichts. Du wirst deine Steine zurückkriegen. Lass mich einfach das Thiebe zu lassen. Und so brach Therian auf. Seine Mission, die er voller Gräuel akzeptierte, lautete, die drei verbleibenden Drachenscheine des Hauses Ravus zu beschaffen, um so das Schandmal auf seinem Arm vielleicht wieder loszuwerden. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn erwartete. Uh, das klingt bedrohlich. Mhm, also nach Edelhof. Okay. Okay. Na, ich speicher hier nochmal kurz ab. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Toll. Ah, ja. Okay. Schwerte schwächern. Die auch. Gut zu wissen. So, was kann man denn von denen klauen? Was ist deiner und meine? Komm her! Komm her! Geht's! Ich verstehe jetzt dieses Stillprinzipverfahren hier. Je mehr Schaden wir an den Gegnern verursachen oder auch an den Bossen, desto höher ist die Prozentschance, dass wir was von den Gegnern halt auch klauen können. Ja, hundertprozentig. Was ist deiner und meine? Heiltraube, okay. Was nächstes? Bruch und Tod. Sehr schön. Und noch eine weitere Heiltraube erhalten. Wunderbar. So, jetzt erstmal umschauen. Ist da oben was? Ne. Nach Clark. Okay. Da oben ist ne Kiste. Standest thou against me? Then be hunted. My turn. I will not let my arrow fly in truth. So. Jetzt können beide eine Runde nicht angreifen. What next? So, der ist schon mal tot. Und der wird jetzt aber beschweren. Lass ihn nach... Sag ich doch. I honor thee, my quarry. Jawoll. Und Terrian hat jetzt schon bald Stufe 8 erreicht. Okay, bei... Äh... Honey, das dauert noch ein bisschen. Wie komme ich denn da jetzt nach oben hin? Ah, okay. Frage beantwortet. Tausend Gold müssen erhalten. Wunderbar. Oh, Hyäne. Lachen nach Hyäne. Okay. Pfeil und... Deutsch vielleicht? Ne. Und das Schwert. Auch nicht. Okay. Schade. Giftige Reißer... Oh, Scheiße. Oh, fuck. So, der ist schon mal tot. Stirb. Stirb. Thou didst fight with courage. Und Terrian hat ein Level Up. Wunderbar. Okay, gut. Ähm... Ja. Inventar. Heiltraube. So, passt. Oh, Kiste. 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 Olibe des Lebens. Jawoll. So, dann geht's hier auch noch ein bisschen weiter. So, dann geht's hier auch noch ein bisschen weiter. Now, letten us hunt in. Letten my arrow fly in true. Over here! Hier, mein turn. Findest du das! Okay. Was nächstes? So, du bist schon mal tot. Ah, komm. Obwohl, 51%, ich warte lieber noch mal eine Runde ab. Oder auch nicht. Ist egal, ist nicht so schlimm. Südlicher Festfallpass, Gefahnschufe 4. Okay. Da ist ein Speicherpunkt und da ist eine Kiste. Nördlicher Festfallpass nach Felsfall. Kamproch und Klara. Okay. Verwaltungskraut. Oh, Gefahnschufe 17. Uh. Drei süße Eilinge. So. Erstmal Tücher angreifen. Komm in, if thou darest. What next? Die halten aber ganz schnell was aus. So, ein Ei ist schon mal tot. so und jetzt bist du übrig das benebelnde würze okay interessant mutkraut rüstungsfresser und lures ich glaube ich sollte hier noch nicht sein nein ich hau wieder ab ich glaube wir sind hier noch ein bisschen unterlevelt okay das war nicht so gut so schon besser ja ihr seid geurte dank nicht so gefährlich ach falsche waffe ich habe ja den durchgehabt das schwert wollte ich haben attacke und tot so da ist wieder eine kiste eine heiltraube okay sehr gut da oben ist auch noch eine ich habe schon wieder vergessen die waffe zu die Out of my way. Letting my arrow fly in true. My turn. What next? Letting the... My turn. Und tot. So, okay. Ähm... Ja. Wie komm ich da hin? Also so schon mal nicht. Hm. Vielleicht von einer Seite. So diesmal denke ich aber daran, die Waffe zu wechseln. My turn. Out of my way. Letting my arrow fly in true. Oh, Klippenvogelricht 2. Over here! Letting the hunt beginn. My turn. Coming. So. Jawohl. Das war ne gute... And that's that. Gut. Ähm... Also die Kiste würde ich schon gerne haben wollen. I'll make this quick. Out of my way. Schon wieder habe ich vergesst, die Staffel zu wechseln. Letting the hunt beginn. Oh, Mann. Ah, tötet jetzt, Mathe. Letting the hunt beginn. My turn. Jawohl. Out of my way. What's yours? Mine. Schlafkraut. Oh. Nice. Ben. Where's the nearest Tavern? Jawohl. Und Therion hat auch Stufe 9 erreicht. Super. Ja. So. Komme ich. Zur Tor. Come on. I've got better things to do. Och, nö. Nicht schon wieder drei Eier. Letting my arrow fly in true. Out of my way. Yes. Höh. Die sind nicht stark, aber nervig sind sie. Out of my way. Front. Yes. Come on, if thou darest. Kann ich ja angefangen? Tatsache. Ausfall. Go. Go. Over here. Letting my arrow fly in true. Yeah, I've taught. I've taught fun. My turn. What next? The hunt ends. No, no. Du gefällst mir immer mehr und mehr. Ach. Quatsch. Ich wollte doch zur Kiste. Ne Pflaume. Aber wo kann ich sie eigentlich auffangen? Woh? Woh? Muss ich mal gleich drauf achten. Letting my arrow fly in true. Woh? Letting the hunt beginnend. Over here. My turn. My turn. Damn. Letting the hunt beginnend. Tatsache. Goal. I honor thee, my quarry. Cool. Gefällt mir. So. Hmm. Jo. I'll make this quick. Oh, super. Letting my arrow fly in true. Out of my way. Okay. If thou darest. Out of my way. Come in, if thou darest. So, dann... If thou darest. Da fang... Fange ich dir ein. Thou didst fight with courage. Und ne Healtraube erhalten. Fantastisch. Und ne Healtraube erhalten. Vielen Dank.